Hallihallo. Hallo. Fred oder Freddy? Fred. Schule ist noch nicht so lange her bei dir. Dein Abischnitt? 2,2. Und dein Lieblingsfach? Musik. Eine ganze Reihe von Bands haben euch gepusht. Welcher von diesen vielen Bands bist du am dankbarsten? Allen. Von Wegen Lisbeth und Anne-Mai Kanterreit. Anne-Mai Kanterreit. Wer hat denn da eigentlich die bessere Stimme? Du oder Henning May von denen? Henning May. Gel oder Schaumfestiger? Nochmal? Gel oder Schaumfestiger? Ähm, jeder so wie er will. Wie schlimm ist Hamm wirklich? Gar nicht schlimm. Und was ist dein Lieblingsplatz im Sektor? Köln. Fährst du lieber am Berg an oder parkst du lieber rückwärts ein? Äh, rückwärts. Rückwärts einparken ist besser. Und ohne was hältst du keinen einzigen Tag aus? Ähm, ohne Musik, würde ich sagen. Auf der Bühne? Da stehst du ja meistens auf Zehenspitzen. Warum machst du das? Ähm, dann, äh, ja, warum stehe ich? Also ich stehe generell immer so, der Körper muss unter so einer Spannung sein, damit der, damit man irgendwie, das ist so ein einziger Resonanzraum. Und ich glaube, dann kann man besser singen. Und manchmal ist es so. Manchmal ist es auch so. Hast du eigentlich mal Ballett getanzt? Nee. Du? Selten. Beim Sport, wie sieht's denn da aus bei dir? Bist du da als Erster oder Letzter gewählt worden? Äh, so in der Mitte. Bist du Hochstapler oder Tiefstapler? Tiefstapler. Wie sieht's aus, dein Leben? Lieber heute wie es ist oder in den 70ern? Äh, heute wie es ist, ja. Ich find's gut. Und wie reagierst du, wenn dich jemand so richtig, richtig lange anstarrt? So? Und jetzt zeig uns doch bitte mal dein Wild Stare. Jo, ich kann keine Grimmas schneiden. Ähm. So? Danke, Fred. Danke.